Der Stall und der Stall Schickt oberleid Freuden und sehnt herrn an Not Hüft kranke Leid leiden, gebt Hunden Brot Und des heißt nur Weihnacht, Frieden auf der Welt Man singt in der Stunde, die aus Kerzen erhöht Man singt stille Nacht und denkt oft nicht dran Dass das heilige Lied Horn den Frieden bringen kann Liebe Mitglieder unserer Geheidefamilie Ich darf euch an diesem heiligen Abend ganz herzlich begrüßen Und möchte ein paar Worte an euch richten Ihr wisst und wir wissen alle, welche Zeiten wir jetzt erleben Aber das soll uns nicht davon abhalten Kurz in Stille einzuhalten und Weihnachten zu feiern Wir werden in unserer Geheidegruppe sicherlich im nächsten Jahr Wieder Gelegenheit haben, uns zu treffen Natürlich, und von dem gehe ich jetzt einmal aus Noch nicht im Jänner Aber dann schon eher Wanderungen möglich sind Und möglicherweise im Februar eine Monatsversammlung Lassen wir uns überraschen In diesen Minuten Bedenken wir natürlich auch Unsere heuer verstorbenen Mitglieder Mit der Maria Deiml Und dem Helmut Speckert Der Maria Ries Und natürlich unser Hermann Lobers Ein Wort noch zu den Geburtstagen Die Geburtstage werden natürlich nachgeholt Das habe ich schon gesagt Jeder und jede bekommt, wenn wir wieder zusammenkommen Den Wein Und vielleicht einen Gutschein, von einem runden Geburtstag gekauft hat Nachgereicht Wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten Besinnliche Weihnachten Verbringt es in Ruhe Und vielleicht gehen wir nächstes Jahr impfen Und dann werden wir uns Corona-frei wiedersehen Und zum Abschluss Gibt es jetzt ein schönes und bekanntes Weihnachtslied Ich spiel schon gleich nun Ich spiel schon gleich noch Du bringst mich zu dir, mein Hei am Gansbord. Du singt da, all ihr dort, der mir bringt den Gorn. Du musst du nicht schlafen, die Erde du baut. Hei, 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 schloss ihr Herz mit dem Ding. Vergiss ihr Tor, Kinder, dein Gummer, dein Ohr. Dass du nur das Leiden im Steuer verhohrt. Ich zieh mir, wie immer, dein Lebenssport aus. Ich steh mir, wie immer, dein Herz mit dem Ding, dein Haus. Hei, 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 schloss ihr Herz mit dem Ding. Frohe und besinnliche Weihnachten. Wenn ihr Genüấu nicht in, äh, sieen die Freunde, das macht es nicht für die Georgie. Sie werden es in der Sache und Sie können es nicht nur, aber wer jetzt eher Zeit Geschichte.